Der türkische Ministerpräsident ist nun doch nicht in Deutschland mit dem Steiger Award für Toleranz geehrt worden. Mehr als 20.000 Angehörige der türkischen Minderheiten hatten gestern in Bochum dagegen demonstriert. Erdogan sagte seinen Besuch kurzfristig ab und die Veranstalter verzichteten schließlich auf den Preis in der Kategorie Europa, den er stellvertretend für das türkische Volk entgegennehmen sollte. Hier sind wir Ausländer, unser eigenes Land, wir sind Ausländer. Und wir wissen nicht, wo wir hin sollen, als Kurde und als Aleviten. Der nicht dotierte Preis war für die deutsch-türkische Freundschaft gedacht. Auch deutsche Politiker und Journalisten hatten die geplante Auszeichnung kritisiert. Erdogan begründete seine Absage mit dem Absturz eines türkischen Militärhubschraubers. Erdogan begründete denund Schülpitz, der ist ein Schülpitz er. Erdogan begründete seine Absage mit你有 Eben, 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 Eben! Eben, Eben!